Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten. Wenn du Schwyzer möchtest. Guten Tag. Grüeziwoll. Wir haben sie Platz. Jetzt verstehe. Geht's gut, du? Alles gut? Alles gut? Familie? Jawohl, ja. Mutter, Vater? Alles gut. Mit Huse geredet? Alles gut. Ist alles gut? Ich habe eine Tüchle und ein paar Käppchen für mich gebracht. Was ist das genau? Das ist ein Geschenk von mir. Danke vielmals. Wäre nicht nötig gewesen. Danke. Erzähl mal, was seid ihr so beruflich tätig? Ja, jetzt äh... Einen Moment, schnell bitte. Einen Moment, schnell bitte. Einen Moment. 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 Nicht spät. Grüeziwoll. Grüeziwoll. Haben wir hier noch jemanden mitgebracht? Ja. Das ist meine Familie. Wo ist meine Schweizer Pass? Wo ist? Da müssen wir noch zuerst ein wenig... Wo ist? Ich habe mich gefragt. Gehen wir mal hier wieder wieder. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Sie sind immer in der Schweiz. Ich bin so. Einen Moment. 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 So Hasan, ich möchte dir etwas trinken? Ja, sicher. Ja, ich kann. So. Oh, tu noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, er ist gut, er ist gut. Für du, für mich. Okay. Was ist jetzt das Problem? Für ihn, Nicolas Blionco. So, Nicolas, trotz der Einfluss haben wir von euch einen positiven Bescheid. Also, der Schweizer Pass kommt... Positiv? Ja, ja.